Wir hocken gerade in unserer Lounge 529 Wo sind eure Bereite? Gino! Waaaaaah! Ich würd's nicht riskieren, wenn wir da rausgeworzen würden, oder? Die Presse ist... Wir brauchen Pressefreiheit hier! So protestieren wir mehr Pressefreiheit! Oh, scheiße! So, Freunde, wir sind hier in unserer Lounge angekommen! Es geht nicht ab! Gibt's immer was zu trinken, Mann! Freunde, wir haben eine eigene Lounge! Hallo, Mann! So, ich meld mich jetzt nochmal zurück! Jetzt versteht man mich gerade besser! Wir hocken gerade in unserer Lounge 529 Die Tamara hat sich's hier nett gemacht! Verdient! Die Stühle sind cool! Die Stühle sind cool! Ja, und zwar, jetzt ist gerade Gesundheit! Jetzt ist gerade Halbzeit hier in den Videodays! Ich kann's euch mal kurz zeigen! Oh, es ist so bequem hier, dass man gar nicht aufstehen möchte! Es ist gerade Pause, jetzt stellen wir sie alle auf die Gänge und wir haben uns gerade hier... ...haben uns uns gerade hier bequem gemacht, dass wir ja keinem einen Flyer geben können! Es sind hier viele YouTuber im gleichen Haus wie du gerade! Was fällt dir dazu ein? Krasser Scheiß! Soll ich dazu sagen, gerade Elbe war Lena Meier-Landhut auf der Bühne, Freunde! Der Checker ist gerade an uns dabei gelaufen! Ibody stand vorhin bei mir! MyTD vorhin im Presseraum! Mit dem Schwarzkopf-Kanal! Mit dem hab ich zufällig wieder noch geschwätzt! MyTD ist gleich weitergezogen! Alberto stand vorhin nicht von mir! Dann Nene! Ja logisch, wenn du dich filmst, wenn du auch schwätschst, oder? Ja! Ich bin auch müde, obwohl ich geschlafen hab! Dann, wen hab ich noch getroffen gehabt? Ja, wir haben so Presseausweise, aber irgendwie ist das auch nicht wirklich Presse! Also, wir haben jetzt zwar ne Lounge, die haben uns echt! Ja doch, Presse schon, ohne Backstage halt! Ja! Aber mit ner Lounge, Freunde! Ne Lounge, wo es nichts zu trinken gibt! Geiler Scheiß! Vorhin war der Kumpel vom Dana, der bei mir gestanden, der Jonathan, oder wie der heißt! Außen gerade einer Rauchen, mit dem Bändel kommt man rein und raus, ohne Probleme! Von mir läuft auch raus, stellt sich dahin mit seinem Kumpel und kommt ein Mädel und fragt, ob sie ein Bild haben kann! Ohne Scheiß! Dann sagt er, ne! Und dann diskutiert noch ne Minute rum! Dann, ich stand neben dran und hab ich gesagt, Alter! In der Zeit, wo du jetzt erklärt hast, dass du kein Bild machst, hätt schon 5 Uhr machen können mit dem Mädel! Natürlich ein deabonnieren wird! Ich bin müde, Leute! Ich wär gerade richtig müde! Ich bin müde, obwohl ich geschlafen hab! Ich glaube, jetzt kommt der Schlaf vom Freitag auf Samstag bei mir! Auf jeden Fall, die anderen zwei sind gerade eine Rauche! Und gerade, wo sie rauchen gehen, aus unserer tolle Lounge 529 in Lanzens Arena, wie du das Auf einmal heißt es hier blablabla, hier Pause und alles schwimmt in die Gänge raus! Wie wusste das wahrscheinlich? Jetzt sind sie mir hier, ich bin eben gerade so faul! Aber ganz ehrlich, ich, sag mal so ein geiler Presseausweis hier und passiert nichts! Ja, ich schalte nur einen Presseausweis, leider ohne VIP, ohne Bühne Zugang! Freunde, wir sitzen hier in unserer Lounge! Chino war halt am Start, hier läuft's bald hier! So, wir machen mal eine Rundführung hier! Hier ist unsere Toilette! Madonna, schau hier! Nickelback, take that! Dann lieber Kinderkanal! Hallo, ich bin Game Over! Hast du schon gewusst, dass Pause kommt? Ich bin rausgegangen und da ging direkt die Pause los! Winkse? Ja! Da ist doch gar niemand! Da ist doch gar niemand! Wie spielt dein Zuhause? Hallo, ich bin ganz einfach! Ich weiß eben, ich bin ganz zugegeben, aber… Ach, was? Ja! 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 Was ist noch ein paar Hände? Was ist noch ein paar Hände?